Da stimmt irgendwas riesiges. Ich habe das Gefühl, ich soll hier einfach drüber laufen. Oder ist das jetzt hier eine andere Gegend? Da kann man was machen hier. Okay, Nummer 1. Von weiß ich nicht. Okay, hier gibt es anscheinend auch ein bisschen Wasser. Aber da kommen wir noch nicht hin. Aber von hier aus gibt es Wasser. Was bist du denn hier für ein Ding? Du siehst aus wie ein Dino. So. Elasmosaur. Da habe ich doch gesagt, Dinosaurier. Oh, guck mal hier. Guck mal da, guck mal da, guck mal da. Dokosaurus. Ne, Dakosaurus. Gibt es die Dinger wirklich? Oh, dann gab es die mal. Da unten ist noch eins. Das ging mal hier raus. Dunkleos Toys. Oder Theos. Und förmige Dinger. Ah, da sind Dingsbums zum Meditieren. Ah, jetzt geht bestimmt die große Tür auf. Ja. Okay. Macht Sinn. Trotzdem war hier noch irgendwas an der Seite, was mich interessiert hat. Was hast du denn für Augen, du? Ja, wir haben keine Sachen gefunden. Keine Dinger. Das haben wir schon. Ist hier drüben noch irgendwas gewesen? Wo das gewesen ist. Wo das gewesen ist. Hm. Na gut. Komm mal her, du. Zenmeister. Wahrscheinlich habe ich alle Meditationspunkte gefunden. Ich- Thysaurus. Das sind ja nicht seine Augen, oder? So, den haben wir eben befreit. Ammonit. Aber das sieht genauso aus, wie diese Seemuschel. Ne, Seeschnecke, oder Meerschnecke, oder wie die hieß. Gar. Oh. Oh. So guckt er so. Oh. Äh, Gero-dus. Achso, das ist hier der Fette. Also, die ist mit dem langen Hals da. Ja, ja, ist gut. Hallo, ich möchte gerne. Dankeschön. Ich könnte auch mal lesen, was da steht. Äh, so. Das würde ich einfach mal sagen. Lüsen wir mal hier hin. Ich schätze mal, dass wir nach oben getrieben werden. Ja. Oder wir müssen nach oben schwimmen. Wir werden geschwommen, okay. Ich kann nichts, bisschen, kann ich steuern, wo ich hin will. Das Seerose. Äh. Gucken, ob da irgendwas versteckt ist. Sieht aber nicht so aus. Tauchen können wir auch nicht. Wir müssen hier lang. Es wäre cool, wenn wir den Haier am Ende nochmal wiederbeleben könnten. Hm? Das ist ein Grafikfehler. So, wo gehen wir jetzt hin? Was machen wir jetzt? Was haben wir vor? Ein Baum. Ein Baum. Okay, wir kommen in ein neues Dienst. Hier schätze ich mal, kommen wir nicht hoch. Nee, dann müssen wir hier runter. Na gut. Das sieht wieder nach. Genau so einem Lämmel aus. Okay. Ganz viele Haie wieder. Haie, 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 Haie. もし kommt ab. Oh ja, haie haie, 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 Haie. AТ-D-Web for Casa Farbahomme,法fferrektokk fits конurig und件事情 und ótimoesBirch SKUSCHCHF. Was ist denn das? Das sind, glaube ich, irgendwelche Tierchen. Okay. Na gut, dann ist es wieder am Längen, weil hier extrem viel los ist. Schwimmen wir mal hier nach oben. Jetzt sind wir eigentlich genau da. Wo wir vorher die Träume hatten, quasi, also wo wir uns hin teleportiert haben. Genau da sind wir jetzt. Und du? Ah, okay. I see, I see, I see. Und das andere ist da hinten, okay. Und was ist das? Ich hoffe mal, dass die ganzen Fische mit mir da runterschwimmen. Das wäre sehr cool. Wollen sie aber nicht. Das ist schade. Ladebildschirm. Om. Oh. Oh. Ja.